Ich hab mich oft gefragt, warum bekommen wir Kinder? Und ich bin zu dem Schluss gekommen. Wir wollen jemanden, der es dieses Mal richtig macht. Ich bin die Klarheit. Ich bin die Kraft. Ich bin die Technologie. Ich bin Julietta. Ich bin der Stoff, aus dem die Träume sind. Ohne Herz wären wir nur Maschinen. Sein Name ist David und er ist wahnsinnig nett. Wir haben uns vor kurzem kennengelernt, sind ausgegangen und haben uns geküsst. Finden Sie das gut? Ja, das ist gut!